Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rock of Ages 2 mit dem Christian, dem Jay, dem Sepp und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Welcher Moment war das denn nochmal? Das ist Renesse. Renesse? Startet man da oben auf dem Berg? Nee, ne? Ach, keine Ahnung. Ich habe den hier. Klar. Nee, das ist nicht die, die ich meine, wo man so die halbe Karte in Eimer abkürzen kann, ne? Was ich noch gar nicht gefragt habe, was ist eigentlich hier mit der Beta? Oh mein Gott! Da wollte ich ausweichen. Ach, Peter, das war fies. Wann kommt denn die endlich? Ich will gar nicht die Beta, ich will einfach nur das normale Spiel. Du willst direkt das Rock of Ages, der du ausschalst, ne? Das ist aber schön, aber heutzutage nicht mehr. Das musst du doch wissen. Nein! Ja, ich sage mal so, Platz, bin im Ziel, ne? Zack. Oh Mist! Das war aber jetzt schon geil, der Flug. Jay ist schon ein Ziel? Ja, der hat eine richtig gute Abkürzung genommen. Wenn du richtig bounce kannst, kannst du ganz am Ende einfach gerade durch. Ach, dann, du der Stern, du der Stern, nehme ich gerne an. Na, dann kriege ich die Abkürzung wohl auch hin als dicker Ball. Nee, weiß ich auch nicht. Du bist ein dicker Ball. Du bist fett. Ich bin auch fett. Ach, Christian! So, Rache! Oh mein Gott. Oh nein, jetzt habe ich noch eine Kuh abgekriegt. Ach, alles. Stopp! Kackkühe. Alles gut. Jay, hau ab mit deinen Kühn da! Ja, Mann, ey. Ich begatte die gerade. Ich begatte die gerade. Ja, mir doch egal. Mach das vorhanden. Nimm die ins Zimmer. Nee, nee. Wieder nicht. Ach, das gibt es doch nicht. Ich habe vergessen zu springen. Nein! Oh mein Gott, das war so knapp. Ich habe so einen Millimeter. Oh. Jetzt war ich viel zu cocky. Jetzt war ich viel zu cocky. Ich habe Angst. Ah, doch. Na, easy. Christiane. Ja, das war schon. Es ist eine Rotze am Ende da. Ist hier ganz schön belastend, dass Jay da so eine gute Abkürzung hat. Was für eine kurze Strecke auch. Reicht doch. Ja, für ihn ist das quasi einmal durchfliegen, ne? Wir brauchen mehr Hindernisse für den Jay. Einfach so einen Baum kaputt machen. Oh, scheiße, ich bin nicht schwungen. Haha, weder ans Versag. Das ist nice. Das ist jetzt belastend. Oh Mist. Oh Mist. Da war... Platz zwei ist noch drin. Oh Mist. Platte. Ach, komm schon. Hab so einen abgeprallt. Ich bin nicht zurückgesetzt. Was soll das? Da ist Jay. Da ist Jay. Komm, das machen wir noch. Ach, als ob Jay da in einmal ins Ziel springen kann. Was kann doch keiner erzählen hier. Ja, ich sag mal... Ich sag mal... Ich mag natürlich gerne auch... Oh nein, nein, nein. Da ist kein Problem. Als ob... Hast du mal das jemals? Drei Sterne hintereinander? Hä? Hä? Ich glaube nicht, ey. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Gute Runde. Gute Runde. Die fette Kuh hat uns rasiert. I like it. Aber wirklich. Okay. Was nehme ich denn jetzt hier? So ein Rädelchen wieder? Rädel, Rädel, Rädel. Was ist das das mit den... Was ist das mit den... Rädel, Rädel, Rädel. Oh. Wenn wir das jetzt so eine fucking Map, wo... Die Meter nicht die Meter ist. Ja, das überlege ich mir nämlich gerade auch. Wo ich das selber jetzt auch mal ausprobiere. Genau das gleiche habe ich mir auch gerade gedacht, Peter. Was macht ihr denn? Nutzt jetzt auch das Rad? Gucken wir mal. Gucken. Die gucken wir mal. Ja. Ist überhaupt bei mir im Team. Ich? Okay. Wenn man an das. Oh, das ist definitiv ein Quatsch. Da geht nur ein... Wo ist denn hier die... Hä? Wo ist denn da die... Hä? Ja, what the fuck. Hä? Okay, gibt gar keine Goldminen hier auf der Map. Doch, da. Hä? Hä? Was ist denn das für eine Scheiß-Map? Hä? Jay hat jetzt beide... Die beiden einzigen Goldminen da gemacht? Okay. Ich wusste nicht, ich dachte, es gibt wie immer drei. Hä? Und es gibt nur einen richtig... Einen geilen Platz da. Das ist ja... Das ist ja mega dumm. Das ist echt belastend. Ah, da fiel ich ein bisschen sorry for you, ne? Ja, ist okay. Ja, die haben eine Brücke gebaut. Die sind ja clever, die Boys. Okay. Okay. Hobbygestampfer. So. Könnt ich davor... Hä, wieso könnte ich davon nix hinbe... Achso, weil ich kein Geld mehr habe. Ich hab kein Geld! No money, money, money Ja, das ist nicht optimal mit diesem Mit diesem Ja, mega scheiße Die sammeln trotzdem, also die sammeln trotzdem Aber, ähm Komm schon Doch, deutlich belastener Oh Gott Erstmal komplett scheiße Verfahren Das war schon mal richtig schlecht Ich verstehe das Ende noch nicht so ganz Da kannst du, da gibt es zwei Wege Geh bitte zwei Wege Ja Ich meine, ich weiß nicht, ob man abkürzen kann Nee, das nicht, aber du kannst quasi außenrum fahren So sah das aus Oh man Komm, Bully-Rails, mich auf Jawohl Ich kann nicht springen Scheiße Oh mein Gott, war das knapp Das Rädchen macht aber nicht viel Damage Ich war der Erste Ja, aber das ist ja super schnell Oh Gott, was Was, was war denn das Wieso bin ich hier einfach hochgeflogen Oh, das war mein Abgeprallt, ich auch Das könnte mein Löwe gewesen sein Irgendwann hat mich auf jeden Fall richtig gebummst Das war nicht geil Egal Peter, wir haben schnitts mal mal damage gemacht Im Laden wieder, die haben noch nix gemacht Wieso hast du dich so geräuspert Ähm, weiß ich nicht Peter Ich hab nicht so viel Scheiße Belastend, ey Also hier kannst du auch nicht wirklich viel Anlauf nehmen, ne Oh, da kommt sie Oh Gott, hier ist ja noch alles Oh mein Gott Guck mal hier Warte mal auf den Löwen Der hat Bock auf dich Alter, erstmal noch 158 Also da kannst du auch nicht richtig Anlauf nehmen Das ist doch Richtig belastend Ich bleibe aber trotzdem bei dem Warte mal, die eine Mine steht noch Nur weil da Okay, krass Die fahren schon wieder Ich raste aus Als ob Hä? Was ist los, Peter? Ja, der Bulle geht weiter Als ich dachte Die scheiß Kühe, ey Ja, der ist viel zu schnell Für die Dinger, ey Boah, der hat direkt den Headshot gedrückt Dem armen Tier Ja, aber halt Mir trotzdem runtergefallen Oh lol Er ist doch falsch gefahren Den bauen wir nicht hier Weil Kühe ist okay Versuch mal Christian aufzuhalten, ja Kühe ist super Das ist richtig schlecht Wie ich spiele heute Also Zumindest im Krieg hier Das habe ich mir fast gedacht Ich habe die Kühe extra nicht mitgenommen 160 Schaden Ich habe die Kühe extra nicht mitgenommen Die können Die können an dem Rad nicht hängen bleiben Ich bin eben gegen eine Kuh gefahren Ja Was? Und ich baue die ganze Zeit diese Kühe Ha! Da habe ich 10 Headshot Sicher? Ich habe eben auf jeden Fall eine berührt Also ich bin da Ja, ich hatte die auch schon Ja, wahrscheinlich nur an der Vorderseide Okay Ich rolle jetzt auch wieder Ah, das ist doch belastend Ich habe gedacht, dass die so krass Meter sind, ey Wie das so will ich? Ha! Egal Wir sind vorne Ja, es sieht schlecht aus Sepp, gib Gas Ja, ich bin auf dem Weg Oh, da wird gebaut Ja, das ist belastend Ich war aber nicht fertig Oh Mist Der hat mich runtergeboxt Alter, diese Scheiße Ich bin auf dem Boden Und kann auch weiter rollen Bitte! Ha! Was ist das denn? Scheiß Bulle, ey Alter, wie viele Kühe hier sind Das ist ja richtig scheiße Oh mein Gott Hundertneunundneunzig Das ist viel Oh! Habe ich dich getroffen? Ich sah nicht so aus Aber ich bin irgendwie nicht gesprungen Scheiße Oh Mann Wir haben doch wieder alles probiert, ey Oh, 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 oh Sehr gut Peter, wie ist es los? Ähm Ich bin gleich da Peter ist runtergefallen Nein Gleich in Anführungszeichen Aber ich bin kurz nix Oh, shit Peter rollt schon richtig gut durch Oh, shit Peter ist nochmal runtergefallen Oh mein Gott Wieso fährst du doch nicht? Oh mein Gott Hundert Schaden leider nur Christian ist auch richtig hängen geblieben Richtig gut Na ja Oh ja Man kann nicht durchrollen Muss ich mal Anlauf nehmen Ja Alter Alter, was ist hier los? Alter, was ist hier los? Oh, das reicht nicht! Sepp! Damage! Mach! Sepp! Alter, wie häufig verlier ich... Du musst jetzt ankommen Nur adu! Du bist der... Du musst nur ankommen Dann haben wir gewonnen Mit so wenig? Das ist doch einfach nur ein Witz Komm, Sepp! Er hat mich festgerätzt Wo bist du? Ich bin... Ich muss sie jetzt anfeuern Alter, ist hier viel Rotze Alles, der kriegt gerade richtig gut Schaden Einfach nur ankommen Einfach nur ankommen Zwei Blitzen auf mich Du musst nur ankommen Ja, Mann, ey Oh mein Gott, er hat fast kein Damage mehr Oh mein Gott, ich habe noch einen Verplatt, verplatt, verplatt! Ich kann einfach nicht wahr sein Alter, war das knapp Ja! Ein Blitz hätte noch gefehlt Easy! Unfassbar, was hier passiert, ey Dieses Spiel Zwei Siege Und gerade auch noch Queen, Queen, Sweep, ey Und mit Sepp gewonnen Alter, was ist das für eine Runde gewesen? Nice Ha! Nice Ja, vielen lieben Dank Fürs Zuschauen hier bei Rock of Ages Ja, die Runde davor hast du mit mir gewonnen Die, glaube ich, eher an Sexy Jay hat man gewonnen Ja, ich glaube nämlich auch, ey Bis zum nächsten Mal Tschüss Haut rein Das ist schlecht, ey Äh, neun Groß Kotz Ähm